Und damit herzlich willkommen zum nächsten Sockencheck. Wir nähern uns langsam der 10 Linie. Nicht mehr viele Folgen habe ich jetzt noch vor mir bzw. nicht mehr viele Länder, um es mal so auszudrücken. Und heute gehen wir mal wieder nach Osteuropa, nämlich nach Moldawien, das kleine Land zwischen Rumänien und der Ukraine, was teilweise ein bisschen wenig Beachtung findet. Aber musikalisch sollte man es auf jeden Fall auf der Rechnung haben, so wie in diesem Jahr. Nämlich, sie werden in diesem Jahr vertreten von der Gruppe Sunstroke Boject, die bereits 2010 für ihr Land beim ESC angetreten sind, in dem Jahr, in dem auch Lena unter anderem gewonnen hat für Deutschland. Ja, und vor allem ist es dann halt auch die Rückkehr des eigentlich des bekanntesten Bandmitglieds von diesen drei, nämlich den Epic Sax Guy, der ja zu einer wahren Internetlegende geworden ist, bei YouTube zig Aufrufzahlen hat. Also es gibt ein Video, da hat er 33 Millionen Aufrufe und es gibt unter anderem auch eine 10 Stunden Version davon. Also diese langschleifen Videos, die man so findet bei YouTube von allen kuriosen, bizarren Dingen. Und er hat es tatsächlich auch zu einem 10 Stunden Video geschafft, wo man halt 10 Stunden die gleiche Stelle sieht, wo er sein Saxophon-Solo da aufführt. Also das ist schon episch, das Ganze. Und jetzt kehren sie eben wieder zurück mit dem Epic Sax Guy und dem Song Hey Mama, haben sich eigentlich relativ souverän im nationalen Vorentscheid durchgesetzt. Natürlich, weil sie auch einen Bekanntheitsgrad haben, auch außerhalb von Moldawien. Ich glaube, auch in der Ukraine sind sie relativ bekannt. Und das kann ja nur ein Vorteil sein, weil ja auch der ESC in der Ukraine stattfindet. Ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Basis für einen guten Erfolg, den sie da schaffen können eventuell. Ja, was ist Sandstruck Bocek? Sie besteht eben aus diesen drei Mitgliedern. Der eine singt, der eine spielt eben Saxophon, was auch sonst. Und der andere spielt Geige und sie verbinden, ja, Dance-Songs mit verschiedenen Instrumenten, also mit Saxophon und Geigenklängen. Und dadurch kommt das richtig cool und modern auch rüber, auf jeden Fall. Ähm, 2000 hieß ihr Song Run Away, da wurden sie noch von einer anderen Sängerin unterstützt. Ähm, für viele allerdings war dieser Beitrag dann der bessere im Vergleich jetzt zu Hey Mama. Natürlich, dass es auch wirklich ein cooler Song ist, catchy, ähm, so wie es eigentlich sein soll. Geht auf jeden Fall ins Ohr. Äh, kommt aber auch etwas, ja, ich will mal sagen, ein bisschen billig produziert daher. Natürlich, was will man auch von Moldawien erwarten? Ich meine, das ist ein kleines Land, ähm, irgendwo in Osteuropa. Da ist natürlich ein großer musikalischer Einfluss nicht zu erwarten. Man kann das auf keinen Fall mit, äh, Pop-Nationen wie Schweden, wie Deutschland oder wie Großbritannien verkleiden. Dazu fehlt einfach die Basis dazu. Aber ich finde, diesen Song ist wirklich einer der besseren Beiträge von Moldawien in der Historie des ESC. Run Away vielleicht nochmal die bessere Nummer. Wie gesagt, kann man sich jetzt streiten drüber. Äh, gut, ja, jedenfalls Hey Mama ist tanzbar, hörbar auf jeden Fall. Ähm, wird, denke ich, bei den Zuschauern sehr gut ankommen. Und so habe ich auch das Gefühl. Und, ähm, ob es wirklich für das Finale reicht, ähm, hängt wirklich davon ab, wie sehr sie den Song auch rüberbringen. Sie haben auf jeden Fall schon mal so einen guten Tanzstil da auf die Bühne gebracht. Ähm, mal schauen. Vielleicht wird das ja zu einer Art Welle. Wer weiß es. Ähm, und es wird, denke ich, auch viele Stimmen geben, äh, für den EM-Epic-Sax-Sky, weil sich dann halt viel daran wieder erinnern werden. Mit Sicherheit, also die eingefleischten Eurovisions-Fans ist es sowieso bekannt. Und auch außerhalb der Eurovisions-Fangemeinde ist er, äh, fast schon eine Legende geworden. Also, auf der ganzen Welt kennt man ihn, glaube ich, auch schlecht, wenn man Amerika irgendwo zu solchen Freaks sagt, Epic-Sax-Sky, ich glaube, dann würde man den auch kennen. Also, ich glaube, der ist auch außerhalb, ähm, des ESC wirklich zu einem Phänomen geworden. Und, ähm, das könnte vielleicht den Ausschlag dazu geben, dass, ähm, Moldawien nach, ja, drei Jahren jetzt mal wieder ins Finale zurückkehnte. Ähm, das haben sie jetzt auch wieder mal bitter nötig. Wahrscheinlich haben sie dann eben auch sie ausgewählt, die 2010 ja auch das Finale erreicht haben und dann, glaube ich, den 22. oder 20. Platz belegt haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas in die Richtung. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Gut, also, wie gesagt, Hey Mama ist wirklich ein cooler, moderner, hörbarer Song, lässt sich auf jeden Fall irgendwo umkloppt drauf tanzen, das steht fest. Äh, der Halten der Halle wird es wahrscheinlich auch sicher sehr gut ankommen. Ähm, und wie gesagt, eine Final-Teilnahme ist durchaus möglich für die drei Jungs. Gut, ähm, jetzt gebe ich noch meine Punktzahl, ähm, ja, ich gebe mal doch acht Punkte. Ich muss es mal wieder, die acht Punkte jetzt raushauen hier, äh, ich habe mir die so lange aufbewahrt, jetzt hinten raus, habe ich dann doch eher meine Lieblingssongs hier parat. Und der gehört auf jeden Fall dazu, war auch lange Zeit, mal kurze Zeit Nummer 1 gewesen bei mir, das muss ich auch dazu sagen, aber da wurden halt andere Songs eben noch nicht ausgewählt. Dieser Song wurde ja schon im Februar irgendwann ausgewählt und da, kurze Zeit war es Nummer 1, aber wurde dann relativ sehr schnell entdrohnt wieder, äh, weil ich auch etwas, ja, genervt war, äh, von dem, von dem wiederkehrenden Klang und wiederholten Hey Mama, Hey Mama. Irgendwann ist man vielleicht auch so ein bisschen da genervt von, kann durchaus sein. Gut, das sind jetzt acht Punkte für Moldawien und, äh, Battle jetzt noch 2016 vs. 2017. Letztes Jahr, ähm, hatte man, äh, Musik, ähm, irgendwie importiert aus Schweden, wollte mit einer, ja, billigen Schweden-Pop-Nummer und einem Astronauten auf der Bühne, der, ähm, der die Sängerin Lydia Eisack begleitet hat, wollte man, äh, wieder Erfolg haben, aber das hat überhaupt nicht funktioniert und so hat es halt nicht geklappt und, ähm, ist, wie gesagt, im Semifinale auch hängen geblieben, äh, dann ganz klar, äh, hier führt kein Weg da vorbei, dann muss ich 2017 einfach, äh, den Punkt geben. Gut, und jetzt müsste es, wie viel stehen? 18 zu 15, genau. 18 zu 15 steht es für, äh, 2017. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.